ARD Text im Auftrag von Funk Oh verdammt Justified! Okay, ich weiß, wie ich dich vernichten kann Uhuhuhu! Was?! Das ist bescheu- Ne, warte, das Bullswitch ist Wieso hat das Bullswitch? Ich hab' den Memes Ich glaub' gar nicht... Joy Specs?! Ich hab' gar nicht draufge- Ja! Wieso? Ich mein' damit hau' ich dich auf, ne? FUCK! JAHAHAHAHAHA Nevermind! Nevermind! Was ist der Vorberemoos? Natürlich! Natürlich! Geh mal weg! Hey, das war gut! Ich will den Teamscouten, ah gut! Mildhanks Euter! Mildhanks Euter! Schriege Wimp! Wimp! Was, was bring' ich da rein? Ey, was ist das nicht'n wackelnden Euter hat? Ich zieh' dich jetzt kaputt HOLY SHIT! Was?! Hast du Cuts?! Ne, hab' ich nicht, ich hab' Shierforce Oh mein Gott, ich wär' so bad Ich find's ja immer noch klasse dass du Koffer Griegis nicht tauschen kannst online weil's einfach FAG beinhaltet Wirklich? Ja! Wirklich? Ja! Es war zumindest in der fünften Gen so, da konntest du's nicht tauschen weil's FAG im Namen hat! Befürchte dich! They wanted me to battle! But I was born to dance! Ich denke, du hast vergessen was ich jetzt müssen werde mit meinem... Oh! 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 Billowiespe! Ist das... Speziell? Billowiespe! Ist das zeitspeziell oder physisch? Oh mein! Das kann sogar sein... Obwohl ich auch nicht so richtig gemeinert hat Das ist speziell! Ja! Ich dachte, das ist physisch! Darum hab' ich, sonst hätt' ich angegriffen Der hättest du mal angegriffen! Ey, ich kann das Spiel Wieso sieht der Mega-Slowbo-Sprite so kacke aus? Das ist richtig cool! Was soll? Du siehst das auch, ne? Dass wir immer nur das 3D-Modell genommen haben! Ist das das... Von hinten ist das so... Das... Das dreht sich einfach! Das dreht sich nicht mal! Fuck! RIP! Wieso krieg' ich nicht die Hex? Wieso krieg' ich nicht die Hex? Ich glaub' ich hab' dich jetzt zweimal hintereinander abgezogen Ja, genau! Ich stell' dir kurz ab! Ich dachte, du wärst in ein anderes Pelipper rausgegangen! Ich war schon verwehrt! Das wär' was! Ja, so Pelipper! Sind das dann Perle-Penisse? Nein! Einer in der Lobby heißt Rachel McBigTits! Das kräht! Wow! Such BM-Faggots! Ich tue mir das auch in den Büchern! Weiß nicht, was ich wechseln soll! Oh! Natürlich kann das Stonehenge! Damit hättest du rechnen müssen! Natürlich! Wie konnte ich nur so blind sein? Ey, das war doch... Ja, jetzt hab' ich dich schon 3 Minuten hintereinander abgezogen! Kann aber nix machen! Du hast so viel mehr Skill als ich bisher! Ja, ne? Also das ist... Ich kann doch mal Stamforx rauslegen! Oh man... Wieso... Gut! Gott, du bist ein Vibe! Das seh ich! Wenn ich nicht Hurensohn 3000... Wenn ich nicht Hurensohn 3000... Schade... Äh... Weil ich mein Auge juckt! Äh... Kratzen! Rauskratzen! Mit einem Löffel! Wie ein zum Jack! Mit einem Löffel! Okay, nice! Jetzt hast du ein DAMP ROCK! Ähm... Nur das Traurige ist, ich hab' Raindance und Swift Swim! Und Ice Beam aus irgendeinem Grund! Okay, jetzt bist du, äh... Es ist doch gut für mich, dass du jetzt... Ne? Nein, ich mein Auge juckt! Geil! Ich glaub' ich hab' das verloren! Nein, du hast erwartet! Was?! Du hast den Coffee Table, keine Angst! Ich hasse... Ich bin AFK! Wieso? Wieso? Das Teil kann... Das kann... Ich weiß! Was heisst du das? Das ist der einzige Grund jetzt, warum man's spielt! Was ist das für'n Scheiß? Nein, ich hätte nicht anders rein wechseln sollen! Ich bitte jetzt, ob ich der Pflanze in der Decke drauf hab! Wie du siehst, brust ich! Als ob ich der Pflanze in der Decke drauf hab! Oh, wirklich, ich verslurp hab! Bäh! Bäh! Bitte, 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 bitte! Ja! Ich hab grad sagen, nein! Scheiben! Wieso? Treverip! Wieso? Das ist doch dumm! Oh! Oh! Oh, Fake-Out! Das wär nicht mal ein Problem gewesen, aber... Vielen Dank für die HP! Ah, ist vorbei! Oh mein Gott! Ich hab die ganze Zeit... Ich hab die ganze Zeit noch... Hahahaha! Dann disconnected er einfach! Ob ich das vermisste, oh mein Gott! So... Wie der Hex! Jetzt weißt du, wie ich mich heute in meinem GPL-Kampf gefühlt hab! Ja, hoffentlich! Das ist richtig zerfickt, oh mein Gott! Was hast du so verdient? Ich seh grad, dass Huren so um 2000 Euro online ist! Was? Was? Du hast recht! Oh mein Gott, ich fand er den raus! Nein! Hey, weißt du, womit du nicht gerechnet hast? Oh mein Gott! Hab ich echt nicht da? Hast du recht? Ist das meine einzige richtige offensive Anticke? Das machst du super! Ach dann mal so weiter dann! Wie, was? Hullst den Normal Chank? Ne, ein Custom recommends? Ne. Was?? Du hast ihn noch mitgeschäuum! Hust 이� Toby! Hast du alles schon jemanden gefallen? How about this!? Ach fuck, dann hab ich gar nicht gedacht. Warum hab ich Hidden Power Flying? Hey, das ist eine sehr starke Attacke. Warum nicht einfach eine Fly-In-Fuck-Attacke? Ich hoffe einfach mal, dass du keinen Shadow Sleeve hast. Weil's ein Random-Is-Okay-Nein-Meint. Okay, willst du mein stärkstes Pokémon sehen? Na los. Shit. Du musst doch richtig Angst haben. Und wie so kann das Seil Fire Blast? Zweimal triffst du mit dem Scheiß, das ist 85%. Ortellerie kann auch Aurora Strahl und Kugelsaat. Und Oktazuka. Kugelsaat ist einfach die randomste Attacke, die aufs Scheißding lernen kann. Warte, Choice-Packs? Fuck. Ja, denkst du, ich wäre sonst nochmal auf den Fire Blast gegangen? Ja, ich weiß nicht. Das ist doch... Ich hab mich aber schon ziemlich oft abgezogen. Ja, ich weiß. Ja, könnte besser laufen. Aber auch schlechter. Nicht, nicht viel schlechter. Okay, das war eigentlich zu verdecken. Nicht viel schlechter. Ja, da hab ich einfach mal wieder massiv outplayed. Oh Gott. 4-0, du Faggot. Oh, Hürro und Sohn 2000 ist auf. Ich weiß, ich hab nicht angenommen. Komm, 5th time to jump over through. Okay, Glendress. Okay, du Scheiße, du bist nicht. Du bist schneller als ich. Wow. Das ist schon beeindruckend. Der Style ist richtig schnell. Ja, ich mein... Escavalier... ...hat 20 Base-Speed. Trägst du einen Choice-Cup? Ach nee, ich kann auch einfach DT machen. Äh... Tharrow... Thorn. Ach, die haben beide 20 Base-Speed, okay. Wieso? Willst du jetzt schon aufgeben? Dieses Kack-Spiel. Checktest du jetzt? Du hast dich ja protected. Nein! Warum soll... Warum soll ich? Ich hatte volle HP. Ich weiße dich. Wieso? Du kennst mir doch nicht hin. Let's join wieder und kämpf das zu Ende, verdammt. Ich bin wieder da. Komm zurück. Was? Boah. Nicht, nicht, nicht das. Ist das Eis? Ist das Eis? Nee, Psycho. Das ist das Eis. Ja. Was? Das sagt man gar nicht. Das teuerst du natürlich. I lied! Du hast Eis all alone! Ich dachte sogar, du gewinnst das noch. Ich hatte schon Angst. Ja. Nicht, dass ich gerade so verkackt. Hätte ich das getroffen mit einem Skill. Und die Sachen davor. Ja, ich kann nichts dafür. Ich hab dich halt komplett unskilled. Deswegen bin ich jetzt auch fünfmal hintereinander geworden. Jedes einzelne Mal. Ja, es ist halt einfach, wenn man besser ist als du. Und ich weiß ganz. Ja.